Wenn du 50 Sit-Ups hinkriegst, dann kann man darüber reden, ohne abzusetzen. Ja, schaffe ich 50. Nimm mich, du Schwein! Ich bin raus! In dieser Welt haben die zweidimensionalen Lebewesen, die es hier gibt, keine Ahnung, was ein dreidimensionales Objekt ist. Das ist einfach wie Lego in 3D. Ja, Leute, ich war lange nicht mehr am Strand oder am Freibad. Ich hab's in den Fluch! Ich hab uns ein Schild gegeben! Ja, das Schild geht! Nein! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Smaggy war wohl der Time Master. Also, wir stehen grad mitten... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bruta! Dafür wirst du bezahlen! Ja, ihr könnt mich aber noch healen! Alles easy! Geht einfach raus! Was ist falsch mit euch? diese spielszenen von zehn weil ich weiß ich bin spät dran einsam mein geburtstag ist erst in ein paar tagen das ist eine oase fühle ich nicht zu sicher wo habt ihr es gerade gesehen ich bin es überhaupt nicht ich bin leiter und ich kann es ich glaube da sollte ich nicht hin wir fahren ja so weit weg von der zone ich bin 200 prozent ich bin zu ihr geht er hat mein gesicht gefurrt jemand hat ordentlich gebläht schubladendenken ist so anstrengend langweilig deshalb habe ich meine schublade hier raus genommen seht ihr ich muss gehen ich habe aggro die zu groß der fast nirgends rein oh nein aus geht euch gut natürlich wurdest du gewahrloggt habe sie im laber chat geschrieben er sieht mich nicht das ist gräste das tagebuch warum ließen wir das dürft es nicht sehen heute war ein guter tag also morgen haben wir zwei stunden was anderes das heißt am letzten tag kann ich suchten ich dachte wir machen jetzt einfach ein paar spinnen und dann ist gut vizus interruptus lumos hier werde ich was flöten dazu schießen hat er denn auch bauchmuskeln warum ist das wichtig das wird ihr sicher gefallen ansonsten werden wir ihn trainieren hier auf die knie ich bin willi willi bedeutet bei uns als anderes ist auch der richtige platz für die kugel warte warte ne ich habe das elektriker also von der höhe her eindeutig unser ist länger aber deren ist deutlich breiter ich bin die königin der herzen prins william was meinen sie könig ist das nicht die perfekte autos für ihre sonne stelle über stelle so kennt man mich wow hahaha 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 hahahaha hahaha aww ok warum woli jesus christ womoo womö Während man Rasen mähen? Tiefer? Nochmal? Oh ja, Schatz. Mehr, mehr. Ja. Was ist das? Ich fühle mich dezent, belästigt am Arbeitsplan. Schrocken. 17 ist leider nicht. 18. Du darfst nicht nochmal. Scheiße. Meine Schuld. Ich gehe hier rein mit 17. Ich glaube, ich habe seinen Kopf abgemacht. Achim, ich bin da eigentlich nicht so brutal. Weil du jietest dich nämlich in dieses Loch rein. Hallo, ich will drüber fahren. Nein, mach nicht. Ich bin vielleicht durch. Ich habe Kinder noch erwischt, mein Blitz. Leute, Leute, ich bin vierter. Es sind Dinge passiert. Ja, das reicht. Zack. Wir sind doch der Step, Bro. Dann hält uns jetzt nichts mehr auf. Bin schon dran, Commander. Wie förmlich. Steps sind keine Halmschwinder. Ich lerne gerade was Neues. Steps ist geht klar. Dann hätte ich damals wohl anders gehandelt. Da oben, Feuer gefecht. Ich habe ihn. Seht ihr? Seht ihr? Ja, was für wirklich. Der muss aber low gewesen sein. Könnt ihr aufhören damit? Ich bin einfach auch gut. Feuer eröffnen. Nein. Er hat wohl einen längeren. Oh, da kommt die weiße Sippe raus. Warum schon? Das war hart. War hart. Dann kam was Weißes raus. Geht durch die Gebäude, los! Da bewegt sich was. Gut, dass ich nicht durch die Gebäude gehe. Oh, hallo. Nachmittags und ich hör mir stünde Männer im Stream an. Die Well mag uns jetzt auch, obwohl wir jetzt, obwohl sie uns geschändet hat. Nein. Nein. Oh Gott, das ist wirklich besser. Habt ihr sie schon mal angesehen? Sie hat wirklich hübsche Augen. Ach, die Julie kommt von oben. Der Gott, die Fee geflogen. Habt ihr denn den zweiten Anachmeldung? Ich habe ihn. Ich habe ihn aus der Luft. Mit meinen Luftballons. Wie bist du da? Wenn ich das schon durchschaut habe, dann hat es der Jinx Gott auch schon durchschaut. Willst du sagen, dass du doof bist? Ach, wie ich mich freue über das Tönen von Jill. Hey, da ist noch Kayata am Leben. Es gibt keine Luke. Hat er gedacht, es gibt eine Luke? Da war's. Oh Gott, da war sie, Chad. Hey, da kommt jetzt was von hinten. Ich raste aus. Okay. Ja. Ja. Reinge-yetet. Only one of Alcoost's greatest exports. Behold, the pleasure toy of Sanakshama. Was ist da einfach passiert? He is a postulant swine. A horse and a stinking piece of... Ich habe richtig Balls. Ich bin hier bei einem hier unten. Oh, hier ist ein Gegner. Es ist Geralt. Ich bin... Wir hatten schon bei Arty. Ich habe Geralt getötet. Ich bin schon ein Monster. Wow. Wie kann das da hängen? Hä? Die unten fickt er auch. Die unten fickt er auch. Mit dem hier. Aber den längsten habe ich. Entschuldigung. Entschuldigung. Bye. Have a beautiful time. Und dann rennen die Männer mal weg. Und ich renne denen hinterher. Und dann werden die immer schneller. Aber das ist Bier. Ich möchte es festhalten. Okay? Okay? Sie hat wieder sehr schöne Fingernägel. Oh, oh. Let me blow it. I wanna blow it. Ich bin... Dalu, wir haben es... Dalu, Dalu, Dalu! Dalu wurde verkauft. Sehr cool. Oh, ich bin... Hier ist der Schokoladenlein. Ich bin ein anderes Loch. Dalu ist weggegangen. Dalu ist weggegangen. Und ich konnte Kill machen. Scheiße, ich muss mal wieder mit meinem Schlong klarkommen. Ich habe ihn so lange nicht mehr rausgeholt, Chat. Weil je mehr... Ich glaube, je mehr Stress man hat... ...im Leben, desto kürzer ist das Leben. Wir müssen Julie auch vertrauen, was das angeht. Dalu, komm. Die haben fallen. Oh, ich habe Onkelchen kaputt gemacht. Ich bin gut bestückt. Keine Sorge, ich packe jetzt nicht meinen Penis aus. Oh Gott. Ich habe zu viel Ubu gemacht. Mein Mod muss sich betrinken, der Arme. Ah, die Hexe von hinten. Oh mein Gott, der sitzt auf dem Klo. Donde ist da? Au. Donde ist da? Au, da. Pipi, die Rettung. Nein. Denn wir haben einen Count dafür. Der macht Pipi. Das ist mal ein Riesenteil. Bin ich denn hier? Oh Gott, ich bin. Jetzt guck dich diesen Rezeps an. Mit den Adern. Außerdem hatte ich gerade eine Wurst. Bessis Milch, was? Bessis Milch. Können wir appreciaten, dass ich eine Falle gedodgt habe? Bitte, Chad. Kakarukakaruk. Die hat mir richtig ins ganze Gesicht gespritzt. Hast du eigentlich viele solche Einsätze? Äh, ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Ja. Excuse me.